Peace Freunde und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute reagieren wir wieder auf die besten EFC 24 Packs von deutschen FIFA YouTubern. Morgen kommt das Team of the Year raus. Wenn ihr dazu auch eine Folge sehen wollt, dann schneiden wir die zusammen und ich reagiere drauf und lade euch das hoch. Lasst einen Daumen hoch da Freunde, dann mache ich das Ganze zum Team of the Year direkt in ein paar Tagen. Lasst gerne kostenloses Abo da. Bald haben wir die 100k auf dem Kanal. Sehr korrekt. Let's go. Ey, ich hab... Ooooooooh. Was? Was? Was ich? Wow, also das ist im Abstand der beste Pick heute. Mia Hamm aus dem Icon Pick Freunde. Mia Hamm doppelt. Eto und Lothar. Warte mal, sehe ich das richtig? Ihr 1500 Subs auf Twitch? Sie macht dick Cash, ne? 1500 Subs. Aus Gutes gesehen. Es wird noch mal Zeit. Das bin ich mit meiner Einhornmaske. Für ein Einhorn-Pack. Das bringt Glück, oder? Das bringt Glück, oder? Das bringt Glück, oder? Das bringt Glück, oder? Glück. Oder? Ja. 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 Was? Nein, 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 nein. Nicht im Einhorn-Pack. Nicht im Einhorn-Pack. Doch natürlich im Einhorn-Pack. Freunde, Einhorn-Packs sind die besten Packs. Genauso wie Afro-Packs auch immer noch die besten Packs sind. Auch wenn sie oft nicht performen, sie performen dann, wenn sie performen unnormal. Nicht im Einhorn-Pack. Pelé. 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 Skipp, 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 skipp. Oh mein Gott. Krabetzky auch noch dahinter. Lewandowski Kane. Geil, oder? Okay, was haben die Teasys gezogen? Ich habe gehört, die haben Ronaldinho gezogen. Bin mal gespannt, ob das der jetzt ist. Das ist wirklich geisteskrank. Also man hätte noch den Thunderstruck ziehen können. Das war ja auch möglich vor ein paar Wochen. Aber selbst diese Base-Icon, bzw. diese Icon von Ronaldinho so zu ziehen, ist völlig, völlig, völlig verrückt. Und da geht ein dickes Ws raus. Du bist eine Maschine! Ich bin eine fucking Maschine! Ach du Scheiße! Digga, was? Erzähl einfach ein Gaucho! 3,5 Millionen Zimbo! Erzähl einfach ein Gaucho! Big Pull! Alter, Zimbo! Wo kam der her? Die Geschichte ist wackelt! Es ist schon mit mir her. Und der Dinger hat mich direkt rot gemacht. Ich schwör's, den machen wir direkt rot. Ich schwör's, den machen wir direkt rot. Ich schwör's, den machen wir direkt rot. Oh! Aus dem Nichts! Und wir gehen jetzt auch... Auch gut! Auch gut! Auch gut! Auch gut! Jetzt bin ich wieder dabei, Freunde! Heute sind auch meine Clips dabei. Denn ich hatte in letzter Zeit sehr viel Pack gehabt. Diese 600 K-Packs, die scheppern bei mir so rein. Hier rein. Vielleicht nochmal irgendwie sowas. Ronaldinho, Pelé, R9, Mia Hamm, Johan Cruyff. Wir gucken uns das Ganze an. Nosepack a la Weights. Garantiert eine Icon. 14,88 plus Spieler. Wir haben, glaube ich, Lothar Matthäus oder Michael Ballack am Start. bitte Lothar Matthäus. Es ist Michael Ballack. Aber... Da ist noch eine Icon hinter, glaube ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Maldini. Oh! Ja! Bruder! Diese 600 K-Packs. Kann ich nur mal gut ziehen. Was ist hier los? Was ist hier los? Letzte Woche Mia Hamm, diese Woche Maldini. Was ist hier los, man? Und davor auch noch Pelé. Wird groß geschrieben Pain Lebt da noch, warum ziehen alle Mia Hamm Ich habe als erstes Mia Hamm gezogen, auf einmal ziehen alle Mia Hamm Oh mein Gott Der Skipper into Mia Motherfucking Hamm Wahnsinn Oh witzig Ich muss immer an diesen Clip denken, wo er seine Freundin angeschrien hat Wenn ich ihn jetzt irgendwie Oh mein Gott Habt ihr das gesehen? Ich glaube das hat die ganze Welt gesehen Der Typ war doch weg Hä? Er ist wieder da, Pain ist zurück Ich weiß nicht wie das ist in seinem Chat Ich hoffe da kriegt er nicht viel Hate oder so Aber ich kann es auch nachvollziehen Wenn er ein bisschen Hate bekommt, aber ja Man steckt da selbst nicht drin Er hat ja auch glaube ich ein Statement dazu abgegeben Oder? Hat sich entschuldigt und so Das kann ich sagen Oh mein Gott Ich habe auch nur den Pirlo gesehen Dann rechts No way Okay, ich wollte ja genauso was haben So, ich komme schon mal zu dir Geras Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Wer hat es gecallt, Chat? Neymar Eis Wer hat es im Chat gecallt? Das kannst du dich jetzt Der Name Eis ist der mit Trickster Plus, ne? 7, 8, plus Oh, nein, nein Was? Bruder, Gräufe, Chaos Nein, 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 nein Digga, bei Faro jedes Mal die gleiche Reaktion Man kann die Reaktion von vorher über das gleiche Video gerade tun Das ist genau das gleiche Wenn ein geiles Spieler zieht Was? Nein, 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 nein Das ist echt krank Johann Cruyff und Carlos Alberto Sehr, sehr stark Johann 2,2 Millionen Was hat der Privat gezogen? Warum hat der ein Totti-Trikot an? Der hat das neue Totti-Trikot von EA bekommen Und dahinter Gold Mbappé Er zieht Messi Van Dijk und Kylian Mbappé Champions League In einem Pack Just stupid When would 30 days be? Let me open the calendar Guys, what do you think? Hier bin ich heiß drauf Wir haben drei Stück von den Dingern Was hat denn jetzt Heisen wieder gezogen? Erster England IV Tomori Geil, Digga Tomori Heisen Sind wir so, hab ich aufgezogen Hab ich auch gezogen Digga Boom Aber ich hab ihn als Als Feierkarte gezogen Als Feierkarte ist der 800k Wenn so ist der doch gar nicht viel wert Als Centurion, oder? Geile Karte Ich hab den als Feier Ja, Tomori gezogen Digga, das hat sich jetzt schon gelohnt We're doing a nose pack Please EA Please For the nose pack Give us A usable icon KDB 91 overall Quick animation We do Tschüss Auch Mia Hamm Oh mein Gott Auf der nose pack Auf der nose pack Wir bekommen Mia Hamm Sie geht um drei Millionen Ja, wo ich die gezogen hab War die dreieinhalb Millionen wert Wait Sie geht um drei Millionen Coins Nächstes Seltenes Megapick Komm Oh, das ist einer Ja Alexander Alex Und ne Eiken Ja Trent Alexander Nein Ich hab Kroll, Freunde Das kannst du doch keinem erzählen Das kannst du keinem erzählen Nein, Freunde Nein Das glaubt mir doch kein Der Bro zieht Kroll Thunderstruck Kroll Thunderstruck Zieht der Bro Auf diese Lockere Mensch Das glaubt mir doch kein Mensch Das erste Mal in meinem Leben hier Ich hab hier zehn Konfetti-Kanonen besorgt Die werde ich alle zünden Alle Zehn Stück hintereinander Werde ich einfach alle durchknallen Sollte ich ihn ziehen 40 Ember P Guck wie er durchdreht Aber da muss man auch durchdrehen Da muss man auch durchdrehen Ist das verrückt, Digga Ist das verrückt Guck wie leise er sei Er hat locker nachts gezogen Er hat locker nachts gezogen Klaus auch nicht schlecht Guck mal diesen Preis an Ey Freunde Das war's mit dem Video Ihr wisst Bescheid Einfach nur einen Daumen hoch da lassen Dann mach ich das Ganze mit Totti-Karten Die besten Totti-Packs Die die deutschen YouTuber gezogen haben Werde ich alle zusammenschneiden Beziehungsweise mein Cutter Und ich werde drauf reagieren Und euch das Ding hochladen So ein Zusammenschnitt Abonnieren Um das Video nicht zu verpassen Dankeschön Bis zum nächsten Mal Peace Peace Vielen Dank.